Obwohl ich Probleme habe, wenn ich draußen arbeite, zeichne, dann eine Toilette zu finden. Und das ist speziell für die Frauen auch problematisch oder schwierig. Deshalb gehen wir seit einiger Zeit, das könnte man machen, dieses Problem zu lösen. Und da darf ich an eine mobile Toilette, ein mobiles Toilette. Einfach zu lösen, habe ich mir gedacht, wie mit einem Duschvorhang. Wenn man unbekannt tut, der Kampf bleiben möchte. Wenn man unbekannt tut, der Kampf bleiben möchte. Also es geht um, es geht um ein mobiles Toilette. Michiane Dahlrup macht eine Performance zum mobilen Toilette. Auch für Frauen. Auch für den Mann. Ja. 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 Ja, ja, ja. Wir sind nur nicht gewohnt, weil wir so viel Wärme hinterlegt haben eigentlich. Ja. Ja. Wir waren halt auf dem Moment, das ... Ja. Ja. Aber du lässt sich meine Hose nicht runter. Ja. Ja. Wenn ich alles zugig passe, dann kam, kann man langsam die Hose runter lassen. Und in die Knie gehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.